Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn und ich hab wahrscheinlich recht, dass ich meine beliebigen Krokodile wieder töten muss, korrekt oder ist das... Nein? Erstaunlicherweise nicht, okay. Ähm, ja meine Krokodile sind bereits tot, wir wollen natürlich hier in diese... Jo, in, 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 whatever, I don't know. Ähm, hier rein wollen wir. Bitte. Und schauen wir uns mal an, was hier ist. Ähm, wohnen wir mal, das war doch... Ja, das tat weh, danke schön dafür. Was haben wir denn hier? Hier haben wir direkt mal ein Audioaufzeichnung. Live aus dem weltberuften Überlauf-Becke-Studio, hier ist Concrete Beat Party! Und eins, und zwei, und eins, zwei, drei, vier! Und eins, und zwei, drei, vier! Und eins, zwei, vier! Ganz fest, ihr euch, nicht du, denn du, kam auf den Fenster und ein Kind. Es ist so ein bisschen so, hey, sind sie noch länger, haben ein bauler Geld. Wir sind die Frauen, die wir jetzt, die wir jetzt, die wir jetzt, die wir jetzt, die wir jetzt. Die Frauen- воз низ'quelche Kunden ist prendre, das ihr habt, das, die wir jetzt, 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 die wir OM. Es ist so ein bisschen so, wir euch, das ist so ein bisschen so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um Um Okay Interessant Ich nenne es einfach mal interessant Sie können nicht sämmerlich gut singen, ja Aber Interessant, oder mal? Hallöchen, da haben wir einen weiteren Text Was sagt uns der denn? Lieber niemand Die Automobile sind unterwegs Meins bringt sich zu meinem Apartment in Cody Iris bringt sie zum Verti Port Sie hat heute ihr Gepäck mit auf die Arbeit genommen Alles was sie besitzt, verstaut in zwei kleinen Koffern Sie trägt die schicksten Klamotten in denen ich sie je gesehen habe Für meine Mama, sagte sie Sie hat mir das Outfit gekauft Man glaubt es kann Normal wäre mir das egal Aber Ich weiß nicht, wie sie gerade Hä? Ich weiß nicht Sie hat gerade eh schon so viele Sorgen Wir liefen heute durch den Damm Hörten uns all die Aufzeichnungen an Lasen all die Nachrichten Und vielleicht ist es so eine Aber natürlich halten wir auch nach der Schule Kontaktsache Aber ich habe keine Angst mehr Laura zu verlieren Wir sind eine Familie Wir haben uns nicht geerbt Oder uns untereinander abgefunden Wir haben uns ausgesucht Und keine noch so riesige Entfernung Keine Penner in schlecht sitzenden Anzügen Kein unterwürfiger Roboter Werden uns jemals auseinander bringen Also hör zu Falls das hier wirklich mal irgendjemand finden sollte Hier ist die Wahrheit Es gab diesen Brand namens Concrete Beach Party Und für einen kurzen Augenblick War sie die beste Band der Welt Und nun Äh du Wer auch immer du sein magst Hast riesiges Glück Weil du die einzige Person bist Die sie jemals hören wird Bis niemals Die letzten Mädels der Welt Jetzt bin ich verwirrt Who the hell are you? Achso, ich dachte gerade schon Du freust dich wieder spielen zu können Ich weiß nicht wie das ging Aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört Weil es keinen anderen Ort gibt Mit solch einer Resonanz Einer Intonation Die deinen Körper vibrieren lässt Und natürlich Kennt keiner diese Rohre wie ich Ich habe sie gehört Bevor ich laufen konnte Auf dem Rücken meines Vaters Danke für die Wasserableitung Nicht allein für mich Auch für die Ahnen und ihre Lieder Bitte Nimm dies Als Zeichen unserer Dankbarkeit Ähm, danke Drei Blauglanz Das ist natürlich nett Also Nehme ich immer wieder gern Blauglanz ist ja jetzt hier eine Währung Die man Recht gerne hat Und mehr ist hier dann Aber auch nicht Oder wie Das war es schon Ja Ja okay Ja dann Entschuldigung Die Störung Und äh Ich bin wieder weg Ja So sieht es scheinbar aus Ja Okay Ich nehme es erstmal so hin Ähm Wie gesagt Das Blauglanz Ich habe keine Ahnung wo das ist Das Blauglanz haben wir aus Versehen vergessen Ähm Ist aber jetzt auch nicht meine erste Also es ist jetzt nicht meine Priorität Diese Blaue Das Blauglanz ist da zu sammeln Hier müssen wir wahrscheinlich Eh noch später hin Das heißt Die sammle ich später irgendwann ein Ähm Hier ist eine Warum ist hier eine Quest Ja ich glaube ich muss da sogar noch irgendwas Eh egal Wir kümmern uns tatsächlich jetzt erstmal Hier drum Und dafür reisen wir dorthin Ähm Und dann werden wir tatsächlich die Hauptquest quasi fortführen Die Ja Ja Wir wollen Häuptling werden Ich weiß nicht genau Ob wir dafür sogar da oben noch hin nutzen Ich weiß es nicht genau Wir werden es rausfinden Auf jeden Fall Wir werden es rausfinden Ja 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 das Pigment das haben wir schon mal gesucht Und nicht gefunden Mittlerweile weißen wir aber ein bisschen mehr Wonach wir eigentlich bei den Pigmenten suchen Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge Dass wir das jetzt auch finden werden Ich wollte gerade sagen Beispielsweise hier Das ist doch Wow Wie blind war ich denn mit Ja gut ich wusste auch nicht genau wonach ich suche Muss ich ehrlich zugeben Gut Dann schauen wir mal Was die Hauptquest zu bieten hat Und ähm Ja Wir gehen mal hier hoch Und schauen uns das Ganze an Vor der Aradacke raus Der erst laden muss Aber das ist okay Mein Volk erzählt sich über deine Taten Viele Geschichten Du scheinst Besonderes Interesse an unseren Flächen Schnee zu haben Fremde Ja Und scheinbar werde ich auch nur so Alles davon sehen können Du forderst mich Für den Werak Du? Ha Das ist wohl ein Witz Es ist kein Witz Aradac Ich verstehe Sie handelt als deine Hand Und mit deiner Unterstützung Bin ich gezwungen anzunehmen Du enttäuschst mich sehr Schwester Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten Bruder Bruder und Schwester Das ist etwas komplizierter Als ich dachte Nein Nein Ganz einfach Du triffst mich bei den Frostfingern Dann bereite ich diesem Rohn ein Ende Ich schulde dir wohl eine Erklärung Ich schulde dir wohl eine Erklärung Ja Er muss sehr wütend sein Ich komme nicht so gut zurecht mehr Menschen Ich bevorzuge eher Geisterstimmen Oder mich selbst Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst Sie ist viel bedeutender als das Mutig Das muss ich dir lassen Den eigenen Bruder anfechten Er gab mir keine Wahl Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird Er würde mir mein Schicksal verwehren Und dennoch Wusste ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde Am Ende Das tut er immer Familiendrama beiseite Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen Der Schnellste wird der Sieger sein Es wird nicht einfach Nichts hieran war es bisher Wenn wir uns am Startpunkt treffen Erzähle ich mehr Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären Oh je Oh je Es ist egal, wer mit wem verwandt ist Ich will wissen, was im Donnerkamm ist Die Stimme Der Dämon Und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt Aber wenn wir das durchziehen wollen Musst du ehrlich zu mir sein Ich Habe dich unterschützt Und Aratak Den Fehler mache ich nicht nochmal Wir sehen uns bei den Frostfingern Okay Puh, das könnte jetzt interessieren Dann riskiere ich mal mein Leben Um eine Banuk-Jagdgruppe anzuführen Das könnte ich mir Ich erinnere mich nicht Ich habe ja auch noch eine Quest Was ich recht interessant finde Und natürlich habe ich auch noch einen Händler Aber dazu können wir auch an sich jetzt direkt kommen Weil Wir haben diesen Bogen 50 50 80 30 30 30 Ne halt Ne Ein bisschen Ne, ne mehr Aber da ist auch schon unglaublich viel drin Ähm Ich werde mir tatsächlich doch Den Den Bogen kaufen Falsche Taste Ähm Inventar Nein Das ist nicht das, was ich wollte Nein, das ist auch nicht das, was ich wollte Ähm Der Bogen, den ich hier gerade bis jetzt da habe So Modifizieren Wir haben einen neuen Bogen Und jetzt ist tatsächlich die Frage Womit modifiziere ich den? Wir hätten hier 40% Eis Und Schock Oh Schaden und Feuer? Wieso denn Feuer? Schock, Abriss Schock, Schaden Schock, Schock, Schock Schock, Schaden und Feuer Was ist das denn? Verderbnis brauche ich nicht Das ist egal Was haben wir jetzt hier noch? Schock Oder Eis und Abriss Ich habe keine Ahnung Ob das was hilft Aber wir werden es versuchen Kann ich da eigentlich noch mehr Pfeile von herstellen? Ne, wahrscheinlich nicht Ne Sieht nicht dann noch aus Aber ich habe hier so ein Sprengstuhl Kaninchen und Ratten Na toll Ja Komm, vergesst es Egal Wo ist mein Wo ist meine Quest? Hi Was kann ich tun, Burgrend? Beklage mein verlorenes Glück Endlich habe ich ein paar Banuk gefunden Die mit Fremden handeln Und plötzlich Sind sie weg Drei Banukjäger Schlugen vor ein paar Tagen auf Keine Vorräte Schlechte Ausrüstung Keine Ahnung Wie man Maschinen ausbeutet Sie baten mich Sie für eine Reise auszurüsten Und Du kennst mich Aloy Ich bin sentimental Sie Bekamen's auf Kredit Sie haben nicht bezahlt Tja Sie wollten Schau dir nur dieses Donnerkieferherz an Aber das ist ewig her Und ich mache mir Sorgen um sie Sag mal, Burgrend Sorgst du dich um ihr Wohlergehen Oder um das deiner Börse? Ein Mann kann sich um zwei Dinge sorgen Aha Was hast du denn mit ihnen ausgehandelt? Was ich dir sagte Ich war einfach nur großzügig, Aloy Sie bringen mir das zerstörte Herz Und ich gebe ihnen trotzdem noch eine Chance Ich habe sie etwas anderes holen lassen Du hast sie seither nicht gesehen Hm Keine Spur Was meinst du, sie konnten keine Teile sammeln? Nicht ungewöhnlich bei Banuk Das ist Schamanenarbeit Jäger erlegen die Maschinen Schamanen nehmen sie aus Kein Schamane unter den dreien Nur zwei Halbstarke, die sich streiten Und dieser große, lächelnde Bursche Wenn Banuk eigentlich nicht ohne Schamanen jagen Was hat es dann mit ihnen auf sich? Hm, das weiß ich nicht Aber Hammer auf Stahl Es ist jedenfalls keine glückliche Geschichte Sie baten dich, sie für eine Reise auszurüsten Eine Reise wohin? Nicht sicher Aber ich hörte, wie sie über das Sonnenreich sprachen Als sie dachten, ich höre weg Also verlassen sie das Banuk-Gebiet Vernünftige Idee Aber das Ganze wirkte nicht wie ein Ausflug ins Grüne Sie flüchten vor etwas Okay Wenn sie mir das liefern Ist ihre Schuld beglichen Mehr als das Aber pass auf Dass sie sie nicht zu sehr beschädigen Ich Überleg's mir Zuletzt gingen sie Richtung Nordosten Da kann man gut Maschinen jagen Wenn sie dir den Aufwand wert sind Kannst du dort nach ihnen suchen Okay Dankeschön für die Quest Äh, Karte Nordosten Da sind die drei Jäger Okay Rede mit Kamut Geteiltes Geheimnis Moment Ich kurzzeitig etwas verwirrt Kamut Wer zum Teufel ist Kamut Okay Okay Ähm, ja Wir gehen mal eben zu Kamut Und dann Dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall mit Werak Uns anlegen Oh, was Wer ist denn jetzt hier? Wer möchte hier noch etwas von uns? Bist du Du bist Kamut? Ich muss dank propri, die Wir seist noch Schaum Schieren Schaum Schon Schaum 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 Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen. Und du? Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jetzt kann ich meinen Sperr mit Teilen modifizieren. Gar nicht. Gehe zu Schatzkisten. Wieso muss ich Schatzkisten, meine? Jetzt bin ich verwirrt. Gehe dann auf Herstellen. Silence Lanze. Modifikation 2. Moment, das ist jetzt mein normaler Spiel? Das ist mein normaler Sperr. Ja, ich kann jetzt meinen normalen Sperr upgraden. Aha. Das ist nett. Dankeschön. Das blaue Licht zu erhalten ist unsere Pflicht. Okay, handeln willst du aber auch irgendwie doch nicht so ganz, ne? Aber wir haben auch eine Sperr-Modifikationskiste bekommen, sehe ich gerade. Ja, total. Wo ist denn die? Hä? Du sagst mir, ich hätte eine Sperr-Modifikationskiste bekommen, aber... Ja, oder? Oder ist die... Jetzt vielleicht? Ach, es gibt mehrere Seiten... Oh Gott, bin ich doof. Es gibt mehrere Seiten. Ähm... Ja, da haben wir natürlich noch was Besseres, klar. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Sperr-Schaden. Mit Zeilen ist Sperr. Oh, oh, boah. Klingt doch gut. Klingt doch nett. Dann können wir das nächste Mal versuchen. Ah, ne, ne, W-Rack, Entschuldigung. Ja, also den, den, für den W-Rack. Gehen Sie zu Frostfinger. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich viel Tschüss und Willi. Das ist euer Hedi. Das ist euer Hedi.